Viele Leute sagen, dass das neue Öl ist, das Öl des 21. Jahrhunderts. Wenn man sich an, wie das Öl unsere Leben transformiert hat, dann wird das gleiche tun. Das wird der Knoten meines Lebens. Wenn ich da als Minister sitzen würde, würde ich auch jemanden zuhören, der keine Krawatte trägt. Es geht darum, dass sie eine Datenschutzverordnung verabschieden wollen. Dataprotection ist ein grundsätzliches Recht. Und die Unternehmen haben das Recht, zu erklären, was sie mit unseren Daten tun. Europäische Bürgerinnen sind beschäftigt, dass ihre persönlichen Daten missbraucht werden. Datenschutz, den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen. Wenn die über diverse Webseiten tracken und ein Profil anlegen, dann geht das um mich. Am Anfang mussten wir erst mal klären, was wollen wir überhaupt machen bei dieser Datenschutzreform. Können wir das überhaupt? Schaffen wir das? Ein zu extremer Datenschutz kann dazu führen, dass es zu Nachteilen für den Bürger kommt. Das ermöglicht Jobs, um die Europäische Union zu verlassen. Unsere Leben geht um Daten. Daten ist unser Geld. Turveillance geht um die Bevölkerung und Menschen zu gestalten. Das ist eine grundsätzlich gefährliche Sache für die Demokratie. Es ist unsere Verantwortung, diese Rechte in place zu bekommen. Jetzt fängt der richtig harte politische Kampf an. Da habe ich dann gehört, wie die Wölfe die Zähne fletschen, um mich danach zu zerreißen. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Wer möchte die Direktor stoppen? Wer möchte die Direktor stoppen? Ich denke, wir kennen die übrigen Suspekt. Das ist ein von der Rollen-Grohrer. Was ist das für Drehbuch? Vielen Dank.